Hallo und herzlich willkommen zu einem Survival Projekt von mir ganz einfach ein bisschen Survival bin hier auf ne kleinen Insel ja es zeigt nur von meiner Tat von Kill at all entities äh ja ja natürlich muss ich in den Game und Null die Kiste hab ich nicht so befüllt und zwar das war die Funktion Bonus Chest so das ist ähnlich wie äh skybox nur auf dem Wasser und noch ein Apfel ähm so gut 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 und dieser Buch müfflichen Diensten die Koordinate und zwar aber jetzt brauche ich mir was zu schreiben das ist das ist Minus Minus 204 63 248 die 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 Oh Oh hier geht's auch ich bleibe lieber erstmal auf meiner Insel und bauen wir hier so meinen kleinen Inselstart auf ganz gemütlich und dann hier 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 so 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 ja ich bin verrückt, ich brauche jetzt für den Entsteeg für meine Schiffe Perfekt ja das Loch wird dann auch noch weg so 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 die standard sachen das war es jetzt erst mal für den anfang nun muss schnell mal schiff umschiffen das das so so Heuersicht und Künstler Eke Wurter so und hier sind ein kleines Strandhütchen hin und dann kann ich später auf eine große Reis gehen ich bin auch nicht zum Zuschauer Liken abonnieren nicht vergessen natürlich mit angeblich und tschüss